Hier sehen Sie ein normales Standardzimmer, das sind auch die Bestpreiszimmer, wo es im Katalog gibt. Die günstigsten halt, wenn man hier ein bisschen sparen möchte, kann man sich so ein Bestpreiszimmer nehmen. Duschen, das ist alles das Gleiche wie die normalen Doppelzimmer. Und ganz normales Doppelzimmer. Das ist echt super schön. Und hier kann man zum Beispiel auch zu dritt drinnen schlafen, kann man ausziehen. Das Einzige, was man hier halt hat, man hat hinten raus das Zimmer. Die gehen halt, man hat auch mehr Blick auf der Seite, bloß man sieht halt das Nachbargrundstück. Und sieht dann halt hier den ganzen Ort noch mit drinnen dabei. Und hier sind lauter Apartmentablagen, wo man sich dann auch einkaufen kann. Und man kann halt immer von Balkon zu Balkon kann man halt immer durchschauen. Superschön. Vielen Dank. Vielen Dank.